Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lernfilm über Löwenbabys. Am Anfang präsentieren wir euch ein paar Fakten und danach gehen wir auf eine Entführung ein. Nach der Geburt ist ein Löwenbaby 1200 bis 1500 Gramm schwer und 40 bis 55 Zentimeter gross. Nach der Geburt hat ein Löwenbaby Flecken, die im Laufe des Lebens verschwinden. Ein Löwenbaby ist acht Wochen lang mit anderen Kindern und der Mutter in einem Versteck. Ihr Lebensraum ist in Afrika und Indien. Leider sind sie vom Ausstehen bedroht, unter anderem auch wegen Handel. Kommen wir nun zu der Entführung eines Löwenbabys. Ein Pavian entführte ein Löwenbaby in die Baumkronen. Dies geschah in einem Nationalpark in Südafrika. Forscher hatten Angst, dass das Löwenbaby direkt tot sei, aber die Paviane gingen sehr lieb mit dem Kind um. Alle, die dort waren, waren sehr erstaunt über das Geschehen, da dies das erste Mal sei, dass so etwas geschehen war. Leider verstarb das Löwenbaby an der Inflation, weil es kein Essen und kein Trinken hatte. Ein Sprecher des Parks sagte, dass die Natur brutal sei und junge Tiere nicht oft überleben. Schluss zeigen wir euch jetzt noch ein paar Fotos von Löwenbabys. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Danke, dass ihr euch unseren Lähnfilm angeschaut habt.